Herrschaft auf Ramazara. Ramazara, Ramazara, Ramazara. Äh, ich bin hundertenschutz. Ganz schön voll hier im Bus. Ich hoffe, ihr habt alle eine Maske auf und haltet Abstand wegen Corona. M4 mit Blinden, wie sie und die Ramazara. Mal schauen. Dinger einnehmen, ne? Hallo. Wir kontrollieren C. Wir haben Kontrolle. Wir haben Bravo. Platziere Claymore. Das war mir zu schnell. Die hat so ne kleine Axt. Das ist ein Runner. Eine Runner-Klasse hieß das. Das Blindenvisier ist aber auch echt krass. Ey, nach dem Waffenwechsel dauert das so lange, bis du schießen kannst. Wir verlieren 10. Das geht auch nicht. Feinde haben Charlie übernommen. Ne, dann nehmen wir halt A. Komm doch sicherlich hier hinten rum. Stehst du hier rum? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm. Ich höre nur, aber ich sehe keinen. Wie, will wohl keiner haben. Wir halten 2 und haben den Kopf. Ja, genau. Dann gieß du mal raus aus deiner Ecke, kriegst du gleich Paarenkorb, Alter. Manchmal ist schon, äh, ja. Ne, was hier passiert. Nein, das ist nicht. Da habe ich voll kassiert, ne. Platziere Klamour! Wir verlieren B. Ich weiß, gestern habe ich einen. Der läuft doch trotzdem weiter, ne? Wir haben B verloren. Feinde haben Charlie übernommen. Wir nehmen C ein. Wir nehmen C ein, das heißt, ich spon den spawn hier auch wieder hin. Da war, da war einer. Uh, das war aber nappig. Feinde haben ein Fall übernommen. Wir nehmen ein Fall ein. Wir haben Bravo angenommen. Es läuft nicht ganz so, wie es laufen soll, ne? Ist so ein bisschen zäh, das Ganze, die Runde. Lade nach. Wir nehmen A ein. Oh, ist ja schön. Hallo, Herr Schubert. Lassen Sie mich doch mal durch. Werfe Betäubungsgranate. Wir nehmen A ein. Schieß auf den Feind. Na, schieß doch mal auf den Feind, alter. Wir kontrollieren alle Ziele. Klämler. Klämler sind auch Bieder. Beide bei Bravo ankommen. Höchst nie. Derぁ. Ne Schniver. Quatsch. Manchmal brauchst du aber auch den Blinden, wie sie hier. Siehst du nüscht. Oh, manchmal auch voll der Blindenfisch. Ich bin gar nicht da. Na klar, Alter. Genau. Also eine Claymore, ne? Tut schon weh, glaube ich. Wir halten zwei und ab. Wir verlieren B. Wo denn da? Boah, wieder hinter mir. Kann nicht wahr sein. Wir verlieren B. Irgendwann hinter mir. Wir haben Alpha eingenommen. Platziere Claymore. Wer für Betäubungsgranate? Platziere Claymore. Die, 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 die. War hier nicht so ein richtiger Assi-Spot? Ja. Sehr gut. Und Claymore. Ich bin so ein Arschloch. Platziere Claymore. Platziere Claymore. Und warum mach ich das? Weil ich ein Arsch bin. Platziere Claymore. Und ich hab zwei davon. Hm. Gibt es nicht. Ganz... Weiß ich nicht. Kein Beschuss. Wie kann man denn instant so drauf sein? Jedes Mal. Platziere Claymore. Wie funktioniert das? Das stimmt doch irgendwann. jewelry 2003... paus Da geht es hin wechseln. Reine westliche Strom, mich dû aber nachschikanieren. drei n 89 1 ja mein klaster schlag hat kill gemacht das ist doch schon mal für wer wir schaffen das schon wieder an meine claymore gerannt ich glaube das wissen die die klima rennen auch nicht empfehlen sie war anfangs erzieher und dann ging es ja doch halbwegs vorwärts schöne runde